...frei zu sein. Ich hab so... Cristiano Ronaldo. Gut rausgespielt. Jetzt ist das möglich. Jetzt! Und er trifft! Jeder Trainer muss froh sein, einen solchen Akteur in seinen Reihen zu haben. Sie haben auf das Tor gehofft und sie haben es ganz viel erzielt. Geschickt. Kimmich hat gut aufgepasst. Davis. Er ist auf und davon. Freunde, das ist der Ball. Der Ball ist drin. Einen Zweiten. Spielt ihn lang. Das ist Schlitzhoff. Und Tor. Der Widerantriff und die schnelle Führung, ganz, ganz wichtig, auf ihn ist nun mal immer wieder in schwierigen Situation. Das ist, glaube ich, offensichtlich, dass der Trainer den Angreifern gesagt hat, wartet jetzt auf die Schneemar. wieder. Sein Zechthin! Das ist ein krasser Träufer. Unglaublich. Den hat er. Achtung, ein Ball kommt. Einen Augen zu. Das ist natürlich super bitter für ihn. Er muss das jetzt wegstecken und weitermachen. Das Fußballspiel, es war ein Vergnügen zuzuschauen, es bot alles. Aufregung, Spannung und Spielfreude. Die Fans gehen schon nach Hause, wir gleich auch, aber bevor es soweit ist, noch ein recht herzliches Dankeschön an Hansi Küpper. Ebenfalls vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Tor auf jeder Seite, es steht immer noch unentschieden. Die Situation für das Team. Die Möglichkeit für Patrick Läuvertz. Das ist die Spielphilosophie. 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 Untertitelung des ZDF, 2020